Seit einigen Jahren ist es eine schöne Tradition. Die Kinder der Stadt Elsterwerda schmücken gemeinsam mit Bürgermeisterin Anja Heinrich den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. Tatkräftige Unterstützung bekamen sie dabei wieder von den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr. Geduldig nahmen die Kameraden die Kids mit in luftige Höhen, um den Schmuck fachgerecht an den Mann, beziehungsweise in dem Fall an den Baum zu bringen. Zahlreiche Weihnachtsterne und weitere Schmuckstücke wurden dabei wieder von den Kindern selbst gebastelt. Für die Kids der städtischen Kitas war der Gaudi wieder ein sichtliches Highlight. Süße Leckereien, also quasi das Plätzchen für zwischendurch, gab es außerdem sehr zur Freude der zahlreichen Kids.